So, hier mal wieder zurück bei Let's Play Minecraft. Ja, mal wieder hier im Singleplayer diesmal. Da ich ja auch jetzt noch ein bisschen vorproduzieren muss. Und ich weiß, wir sind hier stehen geblieben, wir hatten hier schon so ein bisschen die Fläche begradigt. Ich würde auch mal sagen, das machen wir mal noch so ein bisschen weiter wenigstens. Weil dann haben wir einfach eine große Fläche, wo wir dann später auch was Richtiges hinbauen können. Mache ich erstmal so in dem Bereich, weil... Ja, mal sehen, ob man das dann später noch ausbaut. Ja, und... Ganz so viel gibt es jetzt auch nicht hier Neues zu berichten. Ich weiß auch nicht genau. Ja, ich würde jetzt erstmal mit dem Text-Shotpack wahrscheinlich noch ein bisschen weiterspielen. Ich hatte das ja auch rausgesucht für den Multiplayer. Aber ja, ich weiß nicht, ob wir dann doch wieder zurück zu dem Alpen wechseln. Ah, wir haben noch eine Schaufel, gut. Das könnt ihr dann entscheiden. Oder ich entscheide das je nachdem, welches besser für die Gebäude geeignet ist. Eigentlich fand ich das von vorher mit unserem Haus ganz praktisch. Das sieht jetzt nicht mehr so schön aus, muss ich sagen. Weil hier auch die Fenster nicht mehr so toll aussehen. Aber... Naja, mal sehen. Ich lasse es jetzt erstmal für die... Oh, für die ersten paar Folgen hier. Das wird jetzt eine etwas längere Aufnahmesession. Ich denke mal... So fünf, sechs Folgen werde ich bestimmt hier von aufnehmen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ich hoffe, die Musik... Ähm... Ist jetzt nicht wieder zu laut. Die war manchmal dann doch ein bisschen sehr laut. Aber... Naja, dann ist es halt mal so eine Folge. Da muss ich gucken, dass ich das vielleicht irgendwie... Ein bisschen runtergeregelt bekomme. Und ich habe mir immer noch nicht die Hotkeys belegt, sodass ich hier irgendwie ein Lead weiterspringen kann. Das geht immer noch nicht. Ähm... Ja, mal gucken, wie groß ist denn die Fläche jetzt ungefähr so? Ich meine, das können wir ja auch nochmal ein Stück hier... So ein bisschen mehr Platz schaffen. Man muss ja hier nicht auf aller engstem Raum leben. So, was haben wir jetzt hier? Was macht das denn? Ist jetzt... Na, ist doch noch nicht so groß. Man wäre wahrscheinlich klüger, wenn man noch bis hierhin alles abträgt. Ich denke mal, das mache ich auch noch. Bis hierhin ungefähr. Ja, dann kann man jetzt über einiges reden in der Zeit, weil das wird ja jetzt bestimmt ein bisschen dauern. Bis ich hier... Hier ist ein Schaf. Was macht dieses Schaf hier? Ja. So viel dazu. Ich dachte, wir hätten hier keine Schafe. Also schon irgendwo, aber nicht direkt vorm Haus. Ja, wie gesagt... Ähm... Nächste Woche oder jetzt, ähm... Ab dem Donnerstag werde ich dann keine aktuellen Folgen mehr produzieren können. Bin dann erst nach einer Woche wieder da, aber... Ich denke mal, das wird gehen. Ja. Deswegen bin ich ja jetzt auch gerade dabei, hier noch etwas aufzunehmen, damit ich dann vielleicht für die Tage trotzdem noch die ein oder andere Folge habe. Wobei ich natürlich, ähm... Jetzt hier auch noch Folgen für die Woche überhaupt jetzt noch brauche. Weil wir ja nur so eine relativ kleine Multiplayer-Session letztens gemacht hatten und... Wie weit geht das? So bis hier ungefähr? Okay. Äh... Ja, das war halt nur eine kleine Multiplayer-Session. Mit ich glaube zwei Folgen haben wir gedreht. Weil der Kollege dann auch wieder weg musste, aber... Naja. Besser als gar nichts. Wenn ihr mitzocken wollt, einfach nochmal melden. Wir haben auch immer noch den einen oder anderen Platz frei. Wir haben theoretisch auch die Möglichkeit, auf einem Nitrado-Server zu spielen. Oh, ja. Wir haben tonnenweise von Erde gerade. Und ich guck mal eben. Wir spielen auf normal. Okay, ja. Zombies sind also an. Wenn es jetzt gleich dunkel wird, da oben stehen überall die Kühe. Keine Ahnung, warum die immer auf dem Balkon stehen. Ja, dann bräuchte ich jetzt eine Kiste für Erde. Ich denke mal, das mache ich auch. Wir haben ja eigentlich noch relativ viel Holz. Oh. Oder auch nicht. Ja, wir haben ein Stück Holz. Haben wir gar kein Holz mehr? Ja gut, dann weiß ich ja, was ich jetzt gleich machen werde. Kann ich schon schlafen? Hm. Ne, leider noch nicht. Äh, tja, was mache ich denn dann? Mit den Ziegeln können wir vielleicht auch nochmal irgendwas anfangen. Und ich würde auch ganz gerne nochmal das ein oder andere ausprobieren. Wir haben noch Eisen, ne? Dann kann ich mir ja mal eine Schere machen. Und mir vielleicht nochmal so ein kleines bisschen Wolle holen. Ich meine, wenn die schon mal hier rumlaufen, dann kann man es ja auch nutzen, die Gelegenheit. Noch irgendwo ein Schaf. Da hinten war eins, aber ich glaube, das war das, was jetzt hier hingelaufen ist. Und alter, jetzt wird es gerade stockfinster. Da gehe ich doch mal besser rein und schlafe jetzt noch in Ordnung, ne? Aber bei dem Kuhlärm hier zu schlafen... So. Frisch ausgeschlafen geht es jetzt hier munter ans Werk. Und ich weiß nicht, sollen wir die Bäume hier überhaupt abholzen? Ich meine, es wäre wahrscheinlich klüger, damit man noch so ein bisschen mehr... Äh, damit... Damit man noch so ein bisschen mehr Platz hat. Hallo? Da war der andere Baum. Ich wusste doch, hier war noch ein Baum. Ich finde aber, die Musik, die ich da ausgewählt habe, die passt eigentlich ganz gut zu Minecraft. Ist zwischendurch mal ein bisschen düsterer, dann wieder ein bisschen lustiger. Ja, und ich bin nach wie vor immer noch am Überlegen. Das werde ich wahrscheinlich aber erst nach... Machen, wenn ich... Danach machen, wenn ich wieder zurück bin. Noch ein neues Projekt anzufangen. Ich meine, das eine oder andere hat sich jetzt auch wieder beendet. Und da habe ich schon ein gewisses Spiel auf dem Schirm. Äh, hallo? Da ist der Baumstamm. Ähm... Ja, was ich ganz gerne spielen würde, wäre Max Payne 3. Finde ich sehr, sehr geil. Da hätte man auch nochmal so ein Actionspiel, so ein bisschen Shooter-mäßiges, ähm... Mit so ein Programm. Und ich werde natürlich auch noch, äh... Jetzt demnächst, gerade jetzt, wo auch wieder sehr, sehr viele Mods rauskommen, ganz, ganz viele Folgen von Assetto Corsa machen. Da werde ich mich auch noch ransetzen, dass ich da auch für den Urlaub, wenn ich weg bin, trotzdem noch Folgen habe. Weil, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatten wir ja dann doch die letzten paar Tage oder die letzte Woche gar keine neue Folge. Und das finde ich selber auch nicht so toll, muss ich sagen. Das passt mir auch nicht so, weil ich schon gerne das Projekt immer noch weiter am Laufen halten möchte. Und es ja auch eigentlich immer noch genug Content gibt, den man da wirklich zeigen kann. Und es ja auch immer wieder neuer Content dazukommt. Ich habe ja noch gar nicht den neuen Lotus gezeigt. Aber ich denke mal, das werde ich dann... ...heute auch nochmal aufnehmen. Und möglicherweise wird das dann auch schon zeitgleich mit dieser Folge hier erscheinen. Beides ja immer um 14 Uhr, Assetto Corsa und Minecraft. Ja, und dann bin ich auch mal gespannt, was mit Need for Speed noch passiert. Das sind wir ja im Moment bei Folge 16 oder so. Und allzu viel dürfte da ja auch nicht mehr kommen. Das haben wir auf 16 Uhr gelegt. Ja, und ich hatte bis vor kurzem noch das so gemacht, dass ich immer alle zwei Tage nur ne Folge rausbringe. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, doch jetzt täglich neuen Content zu bringen. Weil ich finde, das ist sonst einfach die Zeitspanne auch wieder so ein bisschen zu lang. So, wo haben wir hier noch Bäume? Was ist denn... Ach, das ist eine Blume. Da haben wir noch Bäume. Ja, hier fallen schon die ganzen... ...ääh... ...Setzlinge wieder raus. Ich glaube, ja, Setzlinge, genau. So, relativ wenig Äpfel kommen hier aus den Bäumen, aber wer weiß. Vielleicht liegt das ja auch so ein bisschen damit zusammen, was das für Bäume sind. Ich weiß es ja nicht genau. Es gibt ja unterschiedliche Arten hier. So, und ich glaube, wir sollten gleich auch mal wieder genug Holz haben für die nächste Zeit. Wobei ich jetzt auch nicht genau darauf geachtet habe, was wir hier für Holzsorten nehmen. Also ich habe einfach mal... ...so grob, äh, fast alles hier an Holz jetzt gerade gesammelt, was ich hier so sehen kann im Radius. So, war hier noch ein Baum? Nee. Gut. Ja, dann soll es das jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich sammle hier nochmal den einen oder anderen Setzling ein. Das muss auch noch weg. Ja, dann sieht es jetzt hier schon ganz schön, äh, freier aus, wenn jetzt hier die restlichen Blätter noch verschwinden und wir dann noch hier so ein bisschen die Ebene, ähm, das Ganze begradigen. Dann sollte das auch wieder ganz gut aussehen. Und jetzt erstmal eine Truhe, um hier die ganzen Krempel loszuwerden. So, jetzt muss ich gucken, wir haben ja gar nicht mehr so viel Platz. Ich packe mal ein bisschen Holz hier in die, äh, Truhe rein. So, hier haben wir noch Birkenholz. Und dann haben wir noch das. Man kann theoretisch auch aus dem Holz, wenn man was hat, Kohle machen, aber das ist eigentlich eine sehr große Verschwendung, weil man braucht da sehr, sehr viel Holz für. So, und ich mache am besten direkt mal zwei Truhen, die wir dann nebeneinander stellen. Weil wir haben ja doch einiges an Erde. Und ich denke mal, ich werde die Truhe erstmal ganz einfach hier reinstellen. So, und jetzt alles hier herein. Und oben haben wir ja auch noch einiges, das bringe ich dann auch mal runter. Ich meine, man braucht ja eigentlich nicht so viel Erde. So, dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Und ich kann hier noch was einsortieren. Zack, zack. Und das behalten wir mal, weil ein bisschen Erde sollte man dann doch immer noch auf Tasche haben. So, wir haben noch ein bisschen Fleisch, aber ich glaube, ganz so viel haben wir jetzt auch nicht mehr. Und unser Getreide, na, es wächst, aber ist auch noch nicht überall wirklich gut. Und dann müssen wir auch mal gucken, was wir jetzt mit den... äh, mit den Kühen hier machen. Die laufen ja immer noch in der Wohnung rum. Dass wir da vielleicht irgendwie... Ja, dass wir dann irgendwie noch einen Stall oder so bauen. Ich... hatten wir nicht. Wir hatten doch sogar einen Stall schon gebaut. Ich guck mal eben. Ja, wir hatten sogar einen. Der sollte erstmal reichen. Ich meine, wir wollen hier keine riesige Tierfarmproduktion machen. Keine Massentierhaltung oder sowas. Dann losse ich die da nachher mal rein. Dann hat man die da besser unter Kontrolle und kann die da auch besser... Ja, züchten, sag ich mal. Ja, und so läuft das. Da haben wir jetzt Tonnen von Erde gesammelt. Und jetzt wird auch schon wieder ein bisschen was... Na, verbraten. Da ist der erste 60er Stack schon wieder weg. Aber okay, dann nehme ich jetzt mal noch... Hm... Nehme ich doch noch mal drei Stück mit. Man weiß ja nie... Besser zu viel als zu wenig. Das gilt besonders in Minecraft immer. Ich meine, später, wenn man in Höhlen ist, hat man vielleicht ein bisschen Platzproblem, wenn man schicke Sachen findet. Aber eigentlich... ...immer alles mitnehmen, was man finden kann. Und das Lied gerade, das gefällt mir echt gut, muss ich sagen. So ein bisschen ruhiger, aber ich mag's trotzdem. So, da ist schon der nächste 64er Stack fertig. Und ich würde sagen, an dieser Stelle können wir die Folge auch schon fast beenden. Da haben wir jetzt diesmal nicht so viel geschafft. Aber wenigstens so ein bisschen hier das Gelände begradigt, ein bisschen Platz geschaffen. Dann haben wir in den nächsten Folgen ein einfacheres Spiel, noch irgendwelche Bauwerke zu errichten. Und müssen uns nicht erst noch um irgendeine freie Fläche oder so kümmern. So, dann haben wir das wenigstens so ein bisschen. Ich kann hier auch noch mal ein bisschen mehr zumachen. Ja, ist ja wenigstens schon mal etwas. Ja, das war's von dieser Folge Let's Play Minecraft. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Mal sehen, ob wir dann schon irgendwas hier hinbauen. Oder ob wir vielleicht erstmal die Kühe in den Stall holen. Das wird wahrscheinlich das Klügste sein. Damit man auch eine geregelte Nahrungsproduktion hat. So. Ja, ich verabschiede mich von euch mit dieser Folge. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.